Einmal bis zum Mond und zurück, ein gemeinsames Ziel, egal ob jung oder alt, egal ob Sportler oder mit Handicap. Die Bewegung genießen in einer wunderschönen Landschaft, die jedes Jahr von Millionen von Menschen bestaunt wird. Etwas Außergewöhnliches erreichen mit einer Idee, die Kinder, Erwachsene, Menschen mit Handicap, Senioren und Fremde zusammenbringt, die motiviert und anspornt. Es ist egal, wie fit jemand ist. Es ist egal, woher man kommt. Wir laufen gemeinsam eine Strecke, die so unüberwindbar scheint, 384.000 Kilometer lang. Wir müssen nicht ankommen. Wir müssen nur den inneren Schweinehund überwinden. Spaß entwickeln. Einen gemeinsamen Weg einschlagen. Langsam oder schnell. Wir wollen etwas schaffen, das Bestand hat, das Menschen kochen neu entdecken lässt, sie zusammenbringt, ihre Gesundheit nach vorne bringt. Der Lauftreff steht dabei jedem zur Seite. Wir begleiten dich dabei, einen wunderschönen Sport zu entdecken. Ohne Kampf und ohne Rivalität. Unsere Gruppe wird den Weg schaffen, dabei viele Menschen mitnehmen und versuchen, nicht nur mit Sport anderen zu helfen. Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer. Wir greifen nach den Sternen. Untertitelung des ZDF, 2020